Also, ich verstehe hier gar nichts, wie sollen wir denn diese... Oh, jetzt liefen die alle. Ja, weil die nicht wissen, dass das umspringt. Bist du dir sicher? Ja, das springt um. Okay. Shikamaru hat das Spiel verlassen. Oh nein. Oh man, hat er... Dann ist er aus meinem Spiel rausgesprungen. Also, mir steht noch 27 Minuten. Ja, das ist der Server, aber da kannst du halt nicht ignorieren. Ja. Ah, jetzt. Alles klar. Ben, willst du mir ein bisschen zugucken bei Naruto? Bei Naruto. Ich wünsche dir viel Glück, Fati. Ich dir auch. Wie ich kann sagen, was steht denn on? Oh Gott, keine Eis, keine Eis, keine Eis. Willst du mir einfach ein bisschen zugucken bei Naruto, während wir warten? Ja, ja, cool, ich dir zu. Gut, warte. Dann möchte ich das kommen. Contacting Server. Dann nehmen wir mal einen anderen Raum. Wir beiden. Ne, bei Füßchen. Ach warum, diese Sekunde zu. Das wird zu pie. Ich glaube, weil ich fei die. Ich glaube nicht, aber ich beliefe irgendwie doch. Huch, ist jetzt gegangen? Ich schieb die Bande weg. Ach, du Scheiße. Hä? Was ist das denn? Wo geht's da lang? Das ist nur Gras. GPS. Oh nee. Bitte GPS. Das ist ja nur Gras. Ich seh die Map noch nicht. Ach, jetzt. Das ist ja fast nur Gras. Das kann ja was werden. Ich komm nicht ins Ziel. 29 Sekunden. Okay. Schneller also. Bitte. Bitte. RIP-Fisch? Ja. Okay, RIP-Fisch. Zeige es mir. Oh Gott, da komm ich schon gar nicht mehr durch. Ja. Ach du Scheiße. Das sieht doch okay aus. Das sieht so knapp aus. Hilfe. Alles klar, das sieht nicht mehr okay aus. Ich krieg keine Zeit. Oh Gott. Ich bin ja heute wieder Restrampe. Na, das ist okay? Jetzt ist wohl schnell. Mhm. Die Jungs muss sich immer merken, wo man langfahren muss. Hilfe. Nein. Ach du, wie lang ist denn diese Strecke? War das nicht 39? Nee, du passt schon gar nicht mehr. Dann hat er... GPS-Time 44. Ah, okay. Da rechts... Oh Gott. Dann da rein, okay. Ach du Scheiße. Noch neun Minuten. Okay, das ging am Anfang rechts rum und dann zwischen den Schildern durch. Genau. Und dann weiß ich schon nicht mehr. Ah, doch hier rum. Dann dahin. Links. Ja, ich starte mal neu. Ach du Scheiße. Oh Gott, da kommt der Sprung. Oh Gott. Oh Mann. Also den Sprung hab ich schon mal nicht geschafft. Okay. Erst mal ne Zeit fahren. Erst mal qualifizieren. Okay, hier hin. Oh, ich bin hängen geblieben. Nach Minuten eine Runde zu schaffen, das wird wohl drin sein. Ja. Vielleicht. Okay, wir haben letztes Mal versucht. Gut, dass man auch vom Checkpoint zurücksetzen kann. Das ist dann erstmal ne schlechte Zeit, aber rechts, nicht wo grad links. Aber sie geht's dir schon mal nice. Ich find die gar nicht so schlimm eigentlich. Außer siehst du Sprung hier. Den check ich nicht. Okay. Eine Minute für zwei. Schon mal ein Anfang. Ich bin noch gar nicht fertig gefahren. Ich hab vorhin gerade irgendwann zum Checkpoint zurück. Jetzt hab ich mich komplett zurückgesetzt. Ja, das ist auch recht. Also das muss... Weißt du, bei Royal, da drückt man nur B und hier muss ich mir angewöhnen. Fast nur hier Y. Ja, bei mir ist das Kreis so ein... Ja, oder das. Ich war teilweise noch so vorsichtig. Ich auch. Angst. Cheeze. Oh mein Gott. Das war fast... Also der knappe Sprung war ja fast wie in dem GPS. Oh, bei mir auch. Huh. Ist er irgendwie runter? Oh, was? Okay, den kann ich von vorne machen. Scheiße. Ich bin niemals hängen geblieben, aber das nehm ich mit. Oh Gott, hier rüber, ja? Äh, wo geht's lang? Wo geht's lang? Hier rechts. Ich hab gleich ein Ziel. 44 haben die auf meinem Server da schon mal kacke. Ich bin im Ziel. 48. Let's go. Nice. Irgendwie haben die auch 44. Wer ist bei dir der Erste? Äh, Granade. Die Granadei. Granadei, ja. Und dann Saapi TM. Ja, genau. Warum sind die so krass? Was? 4 Sekunden. Wo haben die 4 Sekunden her? Warum die die 20 Sekunden her bei mir? Ah, Mann! Ich bin ganz herrer. Langsam war es meine letzte Zeit in diesen Trotzen so schnell. Verstehe ich nicht. Okay, hier hab ich auf jeden Fall Zeit verloren. Oh, bin ich schnell. Ich bin Speed Gonzales. Ich denk auch, ich bin schnell. Oh, zu schnell. Oh. Noch gesaved. So, den Jump. Runter von der Rappe, runter von der... Oh, scheiße. Oh, Mann. Das wäre so eine ganze Zeit gewesen. Mann. Die Goldmedaille. Huh. 47,9. Nice. Oh, mir läuft. Gib mal Skill ab. Das ist eigentlich kacke. Junge, so ein Run schaff ich nie wieder. Gleich bin ich in der Division, fliegt direkt raus, weil die alle krass sind. Ja, aber das ist auch irgendwie geiler, was in der Division 5 zu sein, als in der Division 20. Ja, aber ich hätte lieber, ich würde lieber ein bisschen länger fahren. Ich würde nicht lange überleben. Ein Fehler und ich bin dann raus, die sind jetzt schon gekommen. Ich tisch so oft noch an. Ich bin 8.25. Knapp dran vorne. Let's go. Ja, ich auch. 2079. Ich gebe alles. Aber das ist so ein Spieler, den kann man eigentlich nicht ragen, außer man macht selbst einen Fehler. Man kann sich nicht über andere aufregen. Man kann sich nur über sich selbst aufregen, ja. Also ich meine, Leute finden immer einen Grund, aber eigentlich sollte es nie möglich sein. Das Einzige, was ich teilweise hatte, war, dass ich irgendwie eigentlich gerutscht bin, also gebremst habe, um zu sliden, aber es nicht geslidet ist. Weil ich irgendwie zu langsam war oder so. Ja, man muss 190 kmh haben, dann kann man driften. Sonst geht das nicht. Dann machst du so einen No-Slide. Ich habe den No-Slide auch manchmal, wenn man irgendwie schon so leicht im Sliden ist. Also es ist die Reifen schon so quallen. Und dann kann man irgendwie nicht mehr rutschen. Dann klebt man einfach. Dann brennt es mir einfach nur. Nein, ich bin hängen geblieben. Aha. Das hat mein Therapeut auch gesagt. Ich bin hängen geblieben. Oh, komm, ich will nicht auf die erste Rampe. Es gibt doch mal... Das können wir doch. Ja, okay. Boah, 46,7. Bam. Ich habe gerade den gleichen Fehler gemacht wie vorhin. Maa. Aber jetzt bin ich streckend nicht ganz okay. Ich meine, der Sprung sah irgendwie schwer aus, als er eigentlich ist. Ja, das stimmt. Obwohl, aber er hat den auch so knapp genommen. Hm. Er war schon wieder so richtig Profi. Oh! So wie ich gerade. Was gemacht? Ich habe... Ich habe... Es geht mit... Mit dem Drift. Genau in dieser... In dieser Kuhle da rein. Also... Ich mache durch, geht die gleiche Fehler. Nein. Ja, wenn ich da einen Sprung... Nach dieser Kurve mit der Rampe, kommt der Sprung, wo man ja... Und ich springe immer weiter links, weil ich immer vergesse, dass ich weiter rechts bin. Das ist... Oh. Oh, dafür so eine gute Zeit gewesen. Scheiße. Oh, Mann. Ich will nicht mit 1, 2 da in diese Division eingerankt werden. Ich habe zumindest die Gold mitgehalten. Dann bin ich zufrieden. Wenn das... Und wenn ich wahrscheinlich direkt rausfliege, sobald es in die Karofase geht. Dann... Dann... Dann richtig geil antitschen und dann... Sack. Scheiße, direkt ganz am Anfang. Die erste Kurve so innen, dagegen. Und dann drückst du B. Auch das Flex. Also Kreis. Und dann aufgegeben. Und dann ist wieder... Reset. Du bist raus. DNF. Let's go. Ja. Aber Strecke ist in sich ganz gut. Ja. Auch wenn da so viel Gras ist. Wie geht? Scheiße. Aber unter die 46 komme ich nicht. Das ist unmöglich. Wo haben die da zwei Sekunden rausgeholt? Haben die Hex? Kann man beim Gras nicht auch wiggeln oder so? Ich bin so dumm. Wirklich? Ich glaube, beim Gras kann man nämlich auch wiggeln. Aber zwei Sekunden? Oha. Wir müssen ja Ultraspeetern. Hm. Oh doch. Ich guck mal, man kann... Wie viel schneller ist das? Das wiggeln? Ja. Das... Also je nach... Das kann hier bestimmt... Das kann hier bestimmt die zwei Sekunden ausmachen. Ich meine hier ist ja viel Gras. Das Brenn... Brenn-TM. Ich glaube, der ist krass. Ich habe mir immer so ein... so ein Video von... von... äh... Trilux angeguckt. Da hat er irgendwas gecastet. Von wegen Trackmania. Ja. Da war auch Brenn dabei. Nice. Der ist bei uns in unserem Server. Das kann hier gar nicht. Da muss der eigentlich aus... ... irgendwie U-Land sein. Oder? Hm. Na vielleicht sind wir auch einfach so krass heute. Und Scrappy, Scrappy kenn ich auch. Hm. Wo ist Masa? Diebe Masa. Nein. Ich hasse mich. Was passiert? Ich mach durchgehend den gleichen Fehler. Ich vergesse jedes Mal, dass das noch weiter rechts ist. Das scheiß Ding. Ja. Damit ist das eine Jump nach der... nach der... nach der... nach der Linkskurve. Du hast aber eigentlich zwei Faden. Die könnten dir vielleicht helfen. Ja, ich gucke auch drauf. Wie rech ich da nicht? Oh. Mein Kopf weiß so weiter rechts, weiter rechts. Meine Hände machen nur noch was anderes. Ich weiß, dass ich fünf Sekunden besser... Nein, ich bin in der letzten Kurve rausgerutscht. Oben gegen die Wand geflogen. Ja. Ah. Ich hatte minus 300. Vielleicht hätte ich echt 46 geknackt. Aber wie macht man Wiggeln? Äh, links, rechts. Links, rechts in der richtigen Geschwindigkeit. Das auf jeder... Das ist bei Eis und Dirt ist das nochmal anders. Ach du Kacke. Ja gut, das fällt mir nicht mehr. Ja, hier fahre ich lange nicht mehr. Oh Gott, rechts Kurve. Hier fahre ich rechts. Nein, jetzt habe ich den Fehler gemacht, den du gemacht hast. Nein. Ich habe mich zweit links gewesen. Ja, das habe ich sechs Mal hintereinander gemacht. Das ist entspannt. Ich werde weniger. Ja, aber immerhin schon mal eine 54. Das war immer noch schlecht. Aber ich bin immerhin weg vor der einen Minute. Oh, bin ich schnell. Habe ich einen Speed? Bist du viel? Ah! Nein, ich bin gegen den Checkpoint geflogen. So ein Schmutz. Bist du bin... Hä? Ich fahre ich gerade fehlerfrei und bin leid... Oh scheiße. Aha. Du warst mir fehlerfrei. Oh scheiße. Komm, sag ich fehlerfrei. Oh, jetzt bin ich viel zu weit außen. Jetzt habe ich mehr Speed. Oh! Ich bin Speed, ich beleid' mich Queen. Oh! Ich habe so einen... Junge. Das Rennspiel zu Kasa auch geil. Da bin ich immer mit King gefahren. Das war der Blaue, oder? Ja, genau. Der Alte. Kasa immer noch so eine Sache, die überhaupt keinen Sinn macht. Also die verschiedenen Filme. Hm. Irgendwie so eins und drei würden so... Also... Eins und drei würden Sinn machen so nacheinander, aber zwei passt so gar nicht da rein. Irgendwie sind die ganzen Sachen aus zwei, so als wenn es nie passiert. Hm. Ich weiß genau, was du meinst. Komm schon. Ich glaube, Hook hatte am Ende so... Hatte nicht diesen krassen... Büsenantrieb? Hm. Ja, Hook, der war eh so sondervoll. Ja, der war wirklich. So, da sind wir... Immer auf die rechte Fahnen. Das geht. Oh, angetaucht. Mann. Wie war ich denn am Ende so schnell? Ich habe die Selbsthacks. Ich habe einen Speedhack. Ich habe mein Auto geabgoyert. Ja, nice. Aber ich bin jetzt nur tausendster. Ich würde ja top tausend sein. 1400, das kann ja echt... Also auch nie. Ey, du. Ich bin nach 1200 über die Fähne. Oi. Ich habe das einmal in meiner richtigen Zeit ins Ziel geschafft. Ey, ich habe nur sechs... Oh, scheiße. Ja, ich komme mal nicht mehr ins Ziel. Mann, ich komme mit einer Gummeltzeit in diese Vision. Scheiße. Ja, gut. Dann bist du ja nicht so stressig. Du fährst schon nicht länger als ich. Ja, das... Wäre traurig, wenn nicht... Schaffe ich es noch mal ins Ziel? Ja! 46001! Das kann doch nicht! Ich wollte die Ziel... Och. 45 schaffen. Oh. Ich bin 20. in meinem Rang... Äh, in meinem Dings. In meinem... In meinem... In meinem Lobby. Ich habe Akku... LX erst. Der ist bei mir erst. Bin da 45. Mir ist Begenius Ena. Und Ender TM. Ach du Scheiß, geht schon wieder los! Oh oh! Ne, ne, ne. Das ist jetzt noch warten. Achso. Oh. Du bist so voller Server hier. Statisch. Warte mal. Kann man am Anfang ins Wasser fahren und dann so rüber... Ich glaube, das geht wirklich. Was die Kreis von außen rum fährt. Hm. Wir können doch einfach ins Wasser fahren. Oh, nice. Ne, kann man nicht, okay. Okay, doch nicht nice. Ah, ich bin ange... ... an der... ... allerersten Kurve. 46.01. Das ist echt ein Betrug. Hm. Das kannst du oder so bei mir hin. Ich muss da rein, ich muss da rein. Ah! Achso, Warm-Up. Ne, bei mir sind es aber auch nur 37 von 64. Ich glaube beim Warm-Up heißt es auch, dass sie noch joinen, oder nicht? Achso. Oh, ja, 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 stimmt. Es sind mehr geworden. So, jetzt können wir auch mal den Server beidrehen. Welcher bist du? Oh Gott. Wie sehe ich das? Äh, Match steht am besten. Stand da beim joinen. Wenn das unten links nicht mehr steht, dann siehst du es erst wieder, wenn es startet. Match 20, glaube ich. Okay, nice. Ja, ich bin 42. Ey, was sind das denn? Das ist halt Division oder was? Division 20? Genau. Ich war noch nie in einer besseren Division. Eigentlich traurig, aber... Nö, das ist auch geil. Ich spielst ja auch nicht komplett regelmäßig. Das ist ja nur am variieren. Ja, eigentlich spielst ja selten noch. Ja, siehste. Also beim Warm-Up habe ich das mit den Fahnen jetzt hingekriegt. Ich bin schon wieder nebendran gefallen am Ende. Ach, kriege ich denn das überhaupt hinten? Bei dir ist irgendwas keine Fehler mehr erlauben. Das ist ja schlimm. Ja, noch bin ich nicht, noch bin ich nicht in the Match, noch in the Warm-Up. Mhm. Und ich wüsste, was für ein richtiges, dreimal fieses Wigglen braucht. Aber ich check das ja gar nicht. Muss es schnell sein oder eher langsam? Das ist bei jeder Map anders. Also ich glaube immer so links, immer so komplett links, rechts. Bei Eis ist das so links, rechts, links, rechts. Aber das ist halt bei Graswald das zum Beispiel nicht. Ob das zum Beispiel schneller ist oder langsamer dann. 45776, ich fühl mich verarscht. Im Warm-Up, geht's? Ja. Wir haben hier runtergefangen. Ey man, das war so gut. Der Weihnachtsjäger ist bei mir drin, Chris. Obwohl ich glaube wirklich das Wigglen, er hat nicht so richtig gut gefahren bin, unbedingt. Aber das Wigglen macht dann schon mal schön viel aus. My match started. Oh oh. Ja. Zehn Sekunden. Oh scheiße. Eine Sekunde. Oh Gott, ich hab Angst. Good luck. Good luck. Ei, ei, ei. Die ist nicht gut. Die ist nicht gut. Der schlägt schon mal Goyle. Oh man. Aber der erste Mal kann man nicht rausfliegen, oder? Genau. Gibt es eigentlich auch so einen Safe-Finish, wo man das letzte Mal kackt? Ja, du kommst ja mit Dreieck. Dann kommst du ja zum Checkpoint. Achso, ja stimmt. Aber wenn man das Ziel nicht trifft, wenn man vorbei fährt. Gibt es dann noch ein anderes Ziel? Müsst du doch eigentlich, ja. Gibt es oft, ja. Es gibt immer dieses eine, es gibt meistens immer, also das war oft so bei den Cup of the Days, dass die einen Risky haben und einen Standard. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Gestern ist es noch ein, ein Fahrphase. Geil, drei haben schon den F gedrückt. Hier, vier. Ich bin runtergefallen, weil ich lachen musste. Alter. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist für sich gut. Alter, okay, man kriegt doch schon einen extremen Boost davon. Ja, warum ist das so krass? Ich bin 27 geworden und wurde ich runtergefallen. Aber die Vision ist nicht so gut. Scheiße. Oh Gott. Na, ich hab mal den F. Scheiße. Okay, der Fehler darf mir vielleicht nicht passieren. Der Wein, das Jäger hatte. Genau das ist er. Ist doch gleich passiert mit mir. Ich war, ich bin ne 46, warte, was? Ne, ich dachte halt schon. Ich bin ne 46 irgendwas gefahren, obwohl ich runtergefallen bin. Na Feini, bei mir wärs der Erste. Oder 45 oder was? Ja. Der Erste hat bei mir 47, 8. Oh. Das ist so traurig. Bei mir hat er angeschrieben, äh, PB bei minus 2. Was für minus 2? 2 Sekunden schneller oder was? Hm. Ah, es geht los. Huh, Feini. Top 10. Let go. Oh, vieles wird außen. Egal. Noch. Noch nichts passiert. Lass mal noch safe fahren. Brüssel kann ich ja später noch. Lass mal schön die safe fahren. Oh Gott. Nicht unterfallen, bitte. Nein, ich hab irgendwie... Mein Gang ist weg. Fighting. Nein. Ich will nicht sterben. Bitte. Ha. Noch drin. 32. Nice. Ah. Der ist doch viel zu intens. Ganz. Ah. Ich hab's hier ein, äh, sicheres Ziel. Wie bitte? Ja. Hast du hier das sichere Ziel gesehen? Nee. Okay. Ich glaub' man muss einfach die Straße weiterfahren danach. Theoretisch. Aber ich weiß nicht wie lang es... Nicht es damit doch kein Ziel ist. Ja. Ich hab mir am Anfang keinen Turm mehr nicht startet. Wenn ich starte. Ich fahr hier viel zu weit außen, ich fahr hier dann nach innen. Bist du noch drin oder? Mhm, ich bin drin. Ich auch. So, das sind die ersten vier. Oh Gott, ich bin wogegen gefahren, wo ich noch nie gegen gefahren bin. Okay, zwanzigster. Okay, noch alles gut. Nice. Hu! Hast du mich nicht gefahren, 46,500, okay. Oh, scheiße. Was bedeutet TM eigentlich? Trimania? Oh! Oh! Ach so, das haben wir so viele. Oder ich? Ja, Pyro TM. Vorhin war irgendwo so ein E von TM. Brenn TM. Scheiße. Oh, ein Twitch streamer ist von mir in der Lobby. Nein! Was ist passiert? Ich überschlag mich! Oh nein. Oh nein! Oh Gott, ist das jetzt? Ja, scheiße. Nein! Bist du raus? Ja, ich bin raus. Mann! Ich kann nicht wahr sein. Ey. Das fack mich so hart ab. Oh nee! Bitte! Ich muss nur schaffen, bitte! Pink's Ziel gefahren! Wie so'n Dulli! Ich werde raus sein! Nein! Ich bin auch raus! Das hat ja gut funktioniert. Ein und vierzigster. Ist das Dreck? Ich bin drei und vierzigster. Ich werde so ein bisschen leiser gehen. Ich bin nur in den Laufstecken hingekommen. Oh. Bist du auch wirklich raus? Ich bin wirklich raus, ja. Da ist auch kein Safe Finish! Ach du Kacke! Boah, da wird so viel mehr zum nächsten Sonntag. Dann können wir jetzt auch Royal spielen. Hat ja lang gedauert. Das nervt mich so, die Strecke war gut. Ja. Ja wirklich schön eigentlich.